Oh, sind das Sie? Hallo, ich heiße Bertram. Ich denke, dass wir alle vor der Prüfung gestresst waren. Deshalb möchte ich darüber mit Ihnen sprechen. Meistens, wenn Sie Leute gestresst sind, Ihr Gehirn produziert Cortisol-Hormone. Hier ist er. Jetzt erkläre ich, was er macht. Erste und Wichtigste. Cortisol verstärkt Aufmerksamkeit, was gut ist, wenn du an einem Projekt arbeitest. Zweitens, er beschleunigt Gehirnsaktivität. Es war Nacht. Cortisol macht Menschen fett, aber lasst uns nicht über schlecht reden. Meine eigene Erfahrung zeigt, dass Oestres mir mit DSD-1 geholfen hat. Es gab eine Zeit, wenn ich unter dem Einfluss von Cortisol nach Italien geflogen bin. Auch war ich auf dem Mond. Hatte Kinder. Wenn Sie es nicht wissen, was mit dem Stress machen kann, benutzen Sie ihn, um die beste Ergebnisse zu bekommen. Okay, das war's. Chef hat gesagt, dass ich einen kurzen Film machen soll. Petroger, du bist einfach faul. Ups.